Kurt Starke ist ein deutscher Sexualwissenschaftler, Jugendforscher, Soziologe und Autor. Leben Starke erlangte im Jahr 1956 in Rochlitz sein Abitur. 1958 bis 1962 studierte er an der Karl-Marx-Universität in Leipzig und erreichte 1965 seinen Doktor. R.R. Pol. Ab 1967 war er Mitarbeiter und ab 1972 bis 1990 war er als Leiter am Zentralinstitut für Jugendforschung Leipzig tätig. 1977 bekam er seinen Dr. S.C. Pol. Verliehen, bevor er 1981 in Leipzig eine Professur erhielt. Im Herbst 1972 begann Starke eine Untersuchung, die den Titel Partner 72 trug und sich zur Basisuntersuchung für die Partnerstudien des ZIJ entwickelte. Als Leiter der Abteilung Studentenforschung des ZIJ war er ab 1969 für repräsentative Querschnittsuntersuchungen bei den Studenten der Hoch- und Fachschulen der DDR zuständig. Diese Untersuchungen waren als Intervallstudien angelegt und hatten u.a. die Aufgabe, zu verfolgen, wie Studenten mit Kind im Vergleich zu Studenten ohne Kind das Studium bewältigten. Seit Mitte der 1990er Jahre ist Starke freiberuflich in der Sexualforschung sowie publizistisch tätig. Im März 2010 wurde seine Expertise Pornografie und Jugend, Jugend und Pornografie, die er im Auftrag der Hochmedien GmbH anfertigte, veröffentlicht. Der Expertise zufolge gibt es keine wissenschaftlichen Belege für eine schädliche Wirkung von einfacher Pornografie auf Jugendliche. Außerdem vertrat er die Annahme, dass das Verbot einfacher Pornografie Schuldgefühle bei Jugendlichen, die Pornos konsumierten, verursachen könnte. Auf Basis der Expertise bekräftigte Hoch die Forderung nach einem Aufheben des Pornografieverbotes. Werke Als Autor Fit for Sex Power Eine sexualwissenschaftliche Untersuchung zu Bravo Girl Peter Lang Verlag Frankfurt am Main 2001 ISBN 3-631-36721X Schwule Osten Homosexuelle Männer in der DDR Links Verlag Berlin 1994 ISBN 3-86153-0759 Pornografie und Jugend Jugend und Pornografie Pepst-Science-Pubel Lengerich 2010 ISBN 978-389967-6563 Lexikon der Erotik Verlag Drömer-Knauer, München 1996 ISBN 3-426-771748 Als Herausgeber Sexualität in der zweiten Lebenshälfte Gesellschaft für Sexualwissenschaft Leipzig 1995 Sexualpädagogik und Sexualwissenschaft Bestandsaufnahmen und Perspektiven für sexualpädagogische Qualifizierungsmaßnahmen Gesellschaft für Sexualwissenschaft Leipzig 1997 97. Sexualität des Mannes Pepst-Science-Pubel Lengerich 2002 ISBN 3-93614269-6 John Kielent Die Abenteuer der Fini Hill Zweiter Aufbau Taschenbuch Verlag Berlin 1998 ISBN 3-746614120 Null